Liebe Fahrgäste, exküse, hier spricht die Leitstelle BVB. Das neue Achtertram, ich stot zur Zeit im Stau. Hart Verstandnis, liebe Gäste, es steckt im Weil im Kreiselfest, grad hinterm Zoll und hier Betau und Salporau. Das Gang ist komplett überlastet, keiner weiß, wie langs noch gut. Wahrscheinlich bis dort Euro, wie dort die 1,20 Euro im Sturz.